Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, nach zwei Wochen Urlaub at home gibt es jetzt heute wieder eine Ausgabe von Börse Aktuell. Mein Name ist Mario Steinrücken, ich bin Experte für technisches Trading und Risikomanagement. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal mit dem Namen Mario Steinrücken, ganz einfach. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgen. Ich möchte dieses Jahr noch die 10.000-Follower-Marke knacken. Ich bin auch ein ganzes Stück davon entfernt, aber wird schon klappen, dank Ihrer Hilfe. Wir schauen uns heute die üblichen Verdächtigen an. DAX, natürlich den S&P 500, den Goldpreis, der ja momentan ein Stück weit in der Korrektur sich befindet. Da gucken wir, wo mögliche Einstiegspunkte liegen. Und sonst haben wir uns an dieser Stelle auch immer den Ölpreis angeguckt. Bei dem bin ich aber momentan weiter ratlos. Der Ölpreis gibt mir aktuell einfach keine Anhaltspunkte für einen vernünftigen Trade. Und deswegen lassen wir ihn einfach weg. Und dafür schauen wir uns mal die Nasdaq an. Denn ja, S&P 500 momentan am Allzeithoch. Nasdaq ja schon über dem Allzeithoch, von einem hoch zum anderen. So leichte Zeichen der Erschöpfung haben sich in der letzten Woche hier ausgeprägt. Und da gucken wir einfach mal, wie es hier weitergehen könnte. Und jetzt würde ich sagen, Kamera aus und Glaskugel an. Wir starten wieder mit dem DAX Future auf Stundenbasis. Und da hatte sich zuletzt hier so eine einwöchige Seitwärtsbewegung gebildet. Dann der Sprung nach oben mit Dynamik, mit einem Gap Anfang der Woche. Und das war ein starkes Zeichen. Hatte ich in der Frühstücksbörse am Dienstag, mache ich immer einen Live-Trading, beziehungsweise einen Live-Stream in meinem YouTube-Kanal. Da hat man dieses Niveau als Kaufniveau besprochen. Da haben wir genau diesen Kauf mit ansprechen können. Und wir haben Dynamik erwartet. Wir haben Dynamik erwartet in Richtung 13.300 Punkte. Hier haben wir das letzte Verlaufshoch. Hier haben wir ein offenes Gap als Widerstand. Der Markt ist dynamisch angesprungen. Es war alles in bester Ordnung. Dann gab es aber das erste Warnsignal. Nämlich, wir haben, nachdem wir so dynamisch angesprungen sind, das alte Ausbruchsniveau nochmal angetestet. Das ist kein Problem. Nach dieser Dynamik hätte ich damit aber nicht gerechnet. Da wäre Stärke ein Zeichen gewesen, wenn wir uns auf hohem Niveau nur seitwärts bewegt hätten. Und dann haben wir nochmal ein leicht höheres Hoch ausgebildet im Bereich des Widerstandes. Und dort ist der DAX erneut abgeprallt. Die Verkäufer haben hier zumindest kurzfristig die Kontrolle übernommen. Und damit haben wir eigentlich den Kampf zwischen Bullen und Bären als unentschieden, müssen wir sagen. Und das ist eher ein Zeichen von Rangebildung, von Seitwärtsbewegung. Und innerhalb einer Seitwärtsbewegung mache ich was im Trading, beziehungsweise wenn ich eine Seitwärtsbewegung erwarte, dann stelle ich mich eher gegen so markante Punkte 13.040 bis 13.100, 13.300. An diesen Punkten shorte ich, beziehungsweise schaue auf der unteren Seite nach Unterstützung, wo ich dann eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben wieder darauf spekuliere. Das muss nicht viel sein, enger Stopp, nicht viel erwarten, denn in einer Seitwärtsbewegung kann viel passieren. Und deswegen eher auf die Extrempunkte achten. Also auf der oberen Seite diese zwei Punkte und auf der unteren Seite. Hier haben wir ja, im Grunde sind wir hier so, haben wir hier nochmal eine größere Range. Und da achte ich eher auf die außenliegenden Punkte. Also die 12.470, 12.520 ist jetzt kein Punkt, bei dem ich automatisch direkt beim ersten Test eine Position eingehe mit Limit Order. Da kann man schauen, was hier passiert. Umkehrsignale kann man auf eine Gegenbewegung spekulieren. Wichtiger sind für mich da eher so etwas weiter weg liegende Punkte, markante Extrempunkte. Schauen wir uns als nächstes den S&P 500 an. Und hier nähern wir uns dem Allzeithoch im Bereich 3.400 Punkte. Ein Allzeithoch ist ein markantes Verlaufshoch oder dieses Allzeithoch. Und wenn wir uns zu einem Niveau nähern, müssen wir uns immer, ich sag mal, wenigstens neutral positionieren beziehungsweise neutral einstellen vom Gedankengang her. Denn von diesen Marken, von so Extrempunkten, kann es zu deutlichen Gegenbewegungen kommen. Und die könnten im S&P durchaus in Richtung 3.000 Punkte laufen. Und selbst dann wäre hier im größeren Bild noch nicht großartig, was passiert. Da sprechen wir immer noch von einer ganz normalen, regulären Korrektur. Darauf müssen wir uns jetzt auf jeden Fall einstellen. Wir sehen schon im Bereich 3.380, dass hier Verkäufer aktiv werden, dass momentan die Käufer sich noch nicht durchsetzen können. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass das Allzeithoch noch mal getestet wird. Also zumindest einmal. Vielleicht gibt es auch so einen leichten Überschießer. Und da achten wir dann darauf, dass vom Allzeithoch, bam, so schnellere Gegenbewegungen kommen. Und die könnten dann hier tatsächlich eine größere Korrektur einläuten. Momentan, tja, am Allzeithoch. Ich bin neutral. Schauen wir uns den Gold Future an. Und für den Gold Future bin ich im großen Bild, bin ich weiter bullish. Zuletzt sind wir ja, wir hatten diesen Bollwerkswiderstand, beziehungsweise die Range unter diesem Bollwerk 1.780 bis 1.800, dann nach oben ausgebrochen. Hier haben wir über 300 Punkte Bewegung nach oben gesehen. Und die wird jetzt erst einmal korrigiert. Bei meiner letzten Börse aktuell haben wir uns ziemlich genau hier am Allzeithoch aufgehalten. Und da habe ich eher noch mal mit einer Gegenbewegung gerechnet. Dass wir nach oben direkt durchgelaufen sind und alter Widerstand wurde zur Unterstützung, war insgesamt im Big Picture ein sehr starkes Bild. Und da stört es auch nicht, wenn wir jetzt mal hier ein bisschen Korrektur sehen. Das ist nämlich etwas, was im langfristigen Aufwärtstrend einfach eine gute Grundlage ist für eine spätere weitere Aufwärtsbewegung. Ein Markt läuft einfach nicht, wie an der Schnur gezogen, nur in eine Richtung, sondern immer in Bewegungs- und Korrekturschüben. Dieser Korrekturschub, den wir zuletzt gesehen haben, der fiel dynamischer aus, als ich es erwartet habe. Und wenn wir uns die Aufwärtsbewegung hier anschauen, die ist eher so korrektiv, hoch, runter, hoch, runter. Und da sehe ich im Bereich, oder eigentlich auf aktuellem Niveau, dass wir eher noch mal eine weitere Abwärtsbewegung sehen, einen weiteren Abwärtsschwung. 1880, so auf diesem Niveau, da haben wir das letzte Verlaufstief. Hier könnte dann schon wieder ein Boden gebildet werden, vielleicht so ein leicht tieferes Tief noch mal. Es wäre aber auch nicht tragisch, wenn wir in Richtung 1780, 1800 noch mal laufen. Hier ist Kaufniveau, und zwar langfristiges, oder sagen wir mal, ja, je nachdem, wie man langfristig definiert, mit Blick auf die nächsten Monate, auf das nächste Jahr, wäre hier für mich noch mal ein interessantes Einstiegsniveau, um dann wieder in Richtung altes Hoch plus X nach oben zu laufen. So, und jetzt gucken wir uns die Nestec an. Nasdaq war ja zuletzt der Treiber schlechthin. Wir haben uns vom alten Allzeithoch Anfang des Jahres schon weit wieder verabschiedet. Die Hintergründe kennen wir, beziehungsweise die wenigen Tech-Werte, die hier ordentlich nach oben Gas gegeben haben. Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Wir hatten zuletzt hier eine Seitwärtsbewegung ausgebildet. Und wann entstehen neue Trends? Genau nach dem Ausbruch aus einer Seitwärtsbewegung. Wir haben hier, dieser Ausbruch war ja noch ein bisschen zaghaft, mit wenig Schwung. Und dann sind wir aber nach oben durchgestartet. Das war ein starkes Zeichen, dass wir uns in Richtung 11.600 den Projektionsziel der vorherigen Range bewegen. Die Verkäufer haben dann aber das Ruder übernommen und die Nestec zurück in die vorherige Range geführt. Und das ist ein Zeichen der Schwäche. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich der Aufwärtstrend abschwächt. Wenn wir gucken, wir hatten hier Verlaufshoch und dann das neue Verlaufshoch hat nur so eine kleine Wegstrecke hingelegt. Die Käufer sind momentan aber, haben noch nicht aufgegeben. Wir haben von dem letzten Verlaufstief, bewegen wir uns jetzt wieder relativ dicht unter diesem kleinen Verlaufshoch. Und daher gehe ich davon aus, dass wir an der Nestec nochmal in der nächsten Woche nach oben laufen. Ein neues Hoch ausbilden. Und sollte das nicht dynamisch ausfallen, sollten wir auch hier nur so einen kleinen Schlenzer nach oben sehen, vielleicht in Richtung 11.350, 11.400 und dann wieder, bam, Dynamik nach unten sehen. Also mal eine schnelle Bewegung, so was wie hier. Dann ist das ein Zeichen einer übergeordneten Top-Bildung und dann könnte es tatsächlich an der Nestec mal ein paar Pünktchen nach unten korrigieren. Und genau darauf achte ich in der nächsten Woche, wenn wir leicht höhere Hochs ausbilden und dann so einen ersten Schwenk nach unten sehen, dann versuche ich in die Korrektur hinein, also Schwenk nach unten und wenn wir uns dann so ein bisschen aufwärts bewegen, versuche ich so eine Position beziehungsweise so eine Bewegung zu shorten, um in Richtung 10.850, 10.900 ist das erste Ziel, 10.500 das nächste Ziel. Ich habe noch zwei Trading-Ideen mitgebracht, denn ja, Trading-Ideen werden ja irgendwie immer erwartet und da möchte ich auch konkrete Sachen liefern. Ich habe eine Long- und eine Short-Position in der, einmal Short-Position in der ADP, Automatic Data Processing. Hier haben wir einen Gap-Widerstand und ich hatte zuletzt in meinem Urlaub beziehungsweise vor meinem Urlaub habe ich ein Video aufgenommen zum Thema Gap-Widerstände als Strategie, als Handelsstrategie. Guckt da einfach mal in meinem Kanal, vergesst ihn nicht zu abonnieren. Und hier haben wir nämlich so eine Geschichte. ADP hat einen Gap nach unten gebildet. Hier ist der Gap-Widerstand, der wurde jetzt schon so ein bisschen erreicht. Vielleicht sehen wir in der nächsten Woche nochmal, dass die 140, 141 Dollar Marke angetestet wird und hier erwarte ich eine Gegenbewegung, also eine Abwärtsbewegung. Ziel liegt hier so im Bereich 130, 131. Stop-Loss liegt knapp über dem Widerstand, den würde ich so bei 142 US-Dollar platzieren. Dann haben wir noch eine weitere Geschichte, diesmal eine Long-Position in der Alexion Pharmaceutical. Die Aktie zuletzt hier dynamisch nach oben gesprungen. Wir hatten auch hier so ein Gap, was geschlossen wurde und aktuell befinden wir uns an einem Unterstützungsniveau im Bereich 99 bis 102 US-Dollar. Und hier haben wir Verlaufstief, Verlaufstief, Verlaufstief. Die Wohler nimmt ab an diesem Unterstützungsniveau und die Unterstützung ist so lange Unterstützung, bis sie bricht. Und von dem Unterstützungsniveau erwarte ich nochmal eine Aufwärtsbewegung in Richtung 118, 120. Das ist das Kursziel. Einstieg, ich sag mal, ist bis maximal 104 US-Dollar Stop-Loss im Bereich 98. Bam! Und wie sich die Aktie entwickelt, schauen wir uns in den nächsten Wochen weiter an. So und das war es schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.